Hallo da! Leute, herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Mal ein ganz anderes Intro, weil heute geht es auch um was ganz, ganz Neues hier auf dem Kanal. Peter, komm mal mit, komm mal her, komm mal mit, komm mal mit. Wohin soll ich mitnehmen? Ja, komm mit. By the way, wir haben 0 Grad gerade, es ist wirklich arschkalt gefühlt, aber minus 5 Grad. Rechnung kommt. Rechnung geht raus. Heute drehen wir ein Lost Place. Robin hinter der Kamera, der gerade noch die Kamera hält, kennt hier anscheinend einen Spot. Robin verrät es aber uns noch nicht, er kennt auf jeden Fall einen Spot. Und wir haben übel Bock, ich hatte wirklich schon ewig Bock mal ein Lost Place einfach zu machen. Heute sind wir jetzt erstmal hier und suchen mal nach einem gescheiten Lost Place. Beziehungsweise, was heißt, suchen, wie gesagt, Robin, du hast die Kamera, du führst uns dahin heute. Wir haben zwei Taschendampen. Ich würde auch nochmal sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Szene. Wenn ich abhauche. Bis gleich. Wir sitzen jetzt im Auto, Robin am Fahren. Robin, bitte, kannst du was zu dem Ort erzählen? Und dann, ganz kurz, das Ding ist heute ja übel Schiss, Alter. Ich bin halt einer, der sehr streng gläubig ist, also abergläubig vor allem. Also ich glaube auch an sowas, dass es einfach spukt und irgendwas ist und dass irgendwas passieren kann. Weißt du, was ich meine? So typische Horrorfilme. Weil, ja, ich sag's mal so, das Ding ist halt mitten im Wald und da steht halt ein Ofen. Und vor ein paar Jahren gab es halt mal ein paar kleine Geschichten, wo man dann auch was gesehen hat. Wo gewisse Menschen da waren, aber... Ja, was haben die gemacht, Bruder? Das haben wir nicht, die haben irgendjemanden umgebracht, Alter. Nein, umgebracht nicht, aber die haben gewisse Sachen zu Feuer gemacht, sagen wir es mal so. Bro, was haben die da verbrannt? Ja, die haben... Also da hast du so Bibeln und sowas gesehen, wie sie da lagen. Bro, ich will da nicht hin, ich mein's ernst. Bro, nein. Guck mal, letztens schon, Moji hat schon, der wollte unbedingt in so ein Satanistenhaus. Bro, ich sag, ich schwör's dir, wenn da jetzt irgendwas ist mit Pentagramm und was ist ich was und 666 und was ist ich was und du erzählst mir hier was von Bibel. Bro, hör doch auf, Alter. Ich wollte einfach nur in ein Lost Place irgendwo in den stinknormalen Lost Place so rein, weißt du, in einem Haus. Nee, draußen ist aber cooler. Das ist richtig im Wald drin. Ja, mitten im Wald. Bro, willst du mich verarschen, Alter? Genau, kannst du dir mal nach vorne zeigen, wie es gleich aussieht. Bro, auf der Autobahn, wo ich hergefahren bin, war echt verdammt viel Nebel. Bro, wo sind wir hier? Ja, hier parken wir jetzt auf jeden Fall. Ich glaube aber, kein Scheiß. Ich hoffe einfach nur, dass das kein Fehler war. Nennt mich Pussy, nennt mich wie ihr wollt. Ich bin ein Mensch, ich hab richtig, richtig Schiss. Ich hab hart Schiss von sowas. Ich liebe Horrorfilme ohne Ende, aber Leute, nach jedem Horrorfilm kann ich zwei Tage nicht schlafen gescheit. Ich stehe viermal nachts auf und komisch, immer wenn ich auf die Uhr gucke, ist es 3 Uhr oder 3.30 Uhr, genau die Uhrzeit, was irgendwas passiert in dem Film, wo es irgendwie spukt oder sonst was. Deswegen hab ich auch schon zu den Jungs gesagt, bitte lass es nicht allzu spät sein. Wir haben jetzt Viertel vor 10. Vielleicht wird ja morgen früh über 8.66 Uhr sein. Also wie gesagt, Robin hält es auf die Kamera, führt uns jetzt dahin und wenn es wirklich auch gut ankommen sollte, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in den Kommentaren und ich mach safe dann öfters sowas. Ich weiß, ich bin halt eh schon voller Adrenalin irgendwie so und ich hoffe nur, dass wir halt hier keine unerwarteten Gäste irgendwie bekommen. Ich hab gar keinen Bock, dass irgendwelche Wildfremden jetzt mitten im Wald stehen. Was ist, Bruder, hör auf, ey, wenn es jetzt schon anfängt, Bruder. Wenn es jetzt schon anfängt, oh Gott. Warum laufe ich eigentlich als Schisser vorne, Alter, gar keinen Sinn, Alter. Gar keinen Sinn, null Sinn. Ja, Robin läuft mit Kamera vorne und wie hinter ihm, oder? Ja, nee, macht auch keinen Sinn. Ey, Jungs, ich hasse, weil, Bro, ist es wenigstens so wie jetzt hier gerade so, dass hier links auf ist? Nein, guck mal, es ist so wie hier. Vielleicht sieht man es ja ein bisschen. Hier, ein paar Bäume, dies, das, sowas. Bruder, ja, ja, aber das ist nicht richtig im Wald drin. Doch. Ey, fick, fick. Genau da, wo ich leuchte. Was ist da? Da leuchtet doch was. Ich schluch, alles, da leuchtet was, Bruder. Siehst du's? Ja, was ist das? Ich weiß nicht, wenn du hier rechts gehst, siehst du's besser. Na. Schau mal hier. Schau mal hier, siehst du's. Alter, Robin, ich hab's dir gesagt, ich will einfach normalen Lost Place haben, wo fühlst du mich hin, Alter? Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Jungs, warte mal. Habt ihr irgendeinen Scheiß geplant, Alter, bei euch weiß man nie. Bei euch zwei weiß man nie, bei Pilze und Rübbe weiß man nie. Bruder, ich schluch's dir, ich sag euch eins, wenn ihr auf einmal wegrennt. Stimmt, du hast ja nicht mal eine Tischen anzunehmen. Ich hab gar nix, Digga. Was dir aber zeigen, was Spendie, schau mal, wie viel siehst du jetzt? Ach, Mann, na, Küm, Alter. Alter, Bruder, halt doch auf, Mann, ey. Toter Vogel, Land. Nein, das ist kein toter Vogel, das ist einfach nur Gras, Bruder. Einfach, hör auf, irgendwas Totes. Ey, Jungs, ganz kurz, bitte beschwört nichts, okay? Auch nicht aus Spaß. Emoji hat zum Beispiel immer auch Spaß, die ganze Zeit gesagt, so komische Beschwörungstheorien. Wie war das bei Softpack nochmal mit den Spiele gucken und dreimal den Namen sagen? Nein, hör auf. Ey, fuck, das guckle ich nachher. Ey, macht mit sowas keinen Spaß mehr. Hör auf, bitte. Kommt her. Ey, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir kurz davor sind. Ja, bis gleich. Macht doch Schere, Scheinpapier, wenn wir zuerst reingehen. Nein, komm nicht auf seine Idee. Ey, pass doch eure Augen auf, Alter. Ey, was machen wir hier? Hältst du noch nicht hier links, oder was? Warte, in der selbe Gruppe. Ja, hier durch. So. Ich habe die andere Frage. Ja? Warum kennst du dich in solchen Gegenden, also in solchen... Das ist echt eine gute Frage, warum kennst du dich hier aus, als dass du hier jemanden meinst. Warte mal, wenn man jung ist, ist... Ja, ey, wenn er irgendwas vorbereitet hat. Oh, hier war jemand, hier ist jemand. Die Bäume sind umgeknickt, Alter. Die sehen nicht aus von einem Sturm. Guck mal, die sind unten, die sind so weggekickt, Bruder. Ja, halt denn. Boah. Ey, was? Ey, pass, 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 pass. Sieh doch mal. Ich schwöre, ich habe was gehört. Pssst. Ich habe auch was gehört. Bro, chill doch, Mais. Läuchte mir nicht ins Auge. Läuchte mir dahin. Ich schwöre, jetzt halte ich auf. Ja, lass doch reingehen, komm. Nein, das kommt von unten. Nein, das kommt von oben. Mir brecht nicht ab. Ich will jemand drehen. Nein. Ich habe auch was gehört. Oh, chill doch, Mais. Auf, nehm, ich schwöre, ich nehme mal so einen Kampfstock. Komm, bevor ihr jeweils kommt. Ja, oha, wie lange noch? Ja, brech nicht mal ab. Da ist noch einer. Und jetzt lauf, ich lauf nicht mehr vor. Du hast den Stock, jetzt komm. Was? Ich hab doch die Kamera. Wo ist der Ofenland? Der stand hier ungefähr. Hier ist... Was für ein Ofenland? Was war ein Ofenland? Hier war ein Ofen früher, ich schwöre. Oh, was für ein Ofen? Da, wo du jetzt gerade hinleuchtest, ja, genau. Hier? Ja, da ungefähr. Weil die Bäume, die du hier siehst, ist ja nicht normal. Guck doch mal an. Und das wurde auch richtig, heglig abgesägt. Alter, Bruder, ich hab so Schiss, Jungs. Ich hab so Schiss. Warte, warte. Warte, Peter, geh nicht auf dich weiter, Bruder. Da ist so ein Boden, so ein rundes Ding. Ist das? Bruder, du wirst mir echt sagen, sie waren Ofen und die Hand. Ja, ich schwöre, ohne Spaß. Das kann safe da gewesen sein. Ich schwöre, meine Mutter, ja, ja. Ich schwöre, das ist gerade getrückt. Zieh mal, zieh mal, zieh mal. Ja, doch, das war hier lang, ich schwöre. Warte, wo? Da, guck mal, hier. Da, ohne Spaß. Hier war's, Jungs, ich schwöre's euch. Komm mit. Nein, ich geh nicht weiter. Doch. Bro, warte mal, wir brauchen einen Rennweg. Jungs, jetzt wird noch viel witziger. Lauf mal geradeaus rein, bitte. Oh, was ist denn witziger? Geradeaus, da, wo die Bäume umgekippt sind. Hast du hier links, war auf jeden Fall der Ofen? Ja, ich will hier weg, Alter. Nein, komm jetzt mit. Bro, ich will hier weg. Nein. Ich hab keinen Bock mehr, zöbst du's eigentlich, Mann. Nö. Bro, weil ich shit hab. Guck mal. Guck, siehst du den Stein, siehst du den Stein hier? Da ist der Ofen, ja, Mann, guck. Ich bin weg. Nein, komm doch her. Nein, jetzt hab ich ihn gefunden. Hey, Bro, komm her, jetzt musst du kommen. Bist du dumm? Du kannst jetzt nicht beim Highlight, oh mein Gott. Da ist das Ding, ja, Mann. Ich sag doch, das ist hier. Oh mein Gott. Lass bitte dahin. Bro, es ist abgeschwert. Nein, ist es nicht, es ist... Guck mal, hier, hier, hier. Ich schwöre ohne Investition. Auf, geh mal rein. Ich hab Schiss, nein. Lauf doch mal drüber. Du brauchst keinen Schiss am Land. Oh, ich hab Schiss. Nein, brauchst du nicht. Du kommst hier nicht drüber, oh, nicht drunter. Doch, kommst du. Da guck, das ist doch auch Zinger. Das ist was gesagt, das Blatt Papier, siehst du das? Ja, komm, lauf mal jetzt rein. Doch. Ja, jetzt läuft doch nicht hin. Okay, okay, seid mal leise. Seid mal leise. Seid mal leise, machen wir nicht aus. Nein. Schill doch mal, da ist doch nichts. Hörst du gleich, was die haben? Hallo, was habt ihr denn? Ja, das ist immer schwarz, das ist so ein Tuch oder so. Guck mal, da liegt... Bro, da liegt doch jemand. Warte, ich seh's nicht. Ich weiß nicht, weil es da liegt niemand. Da liegt doch niemand. Dort ist ne Decke, Digga. Das ist ne Decke, Digga. Ja, guck, okay, Jungs, okay. Das war's dann auch für mich. Ich wünsch euch... Oh, warte, fuck, nee. Ey. Ey, nicht? Schill mal, da liegt ne Decke, Bro. Ja, ich sag doch, komm, 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 Kacke. Ey, Bro, wir brauchen die Tappe. Ey, ehrlich. Ich seh die ganze Zeit einem Baum, irgendwelche Augen... Ja, jetzt geht doch einfach hin lang. Ey, Jungs, ganz kurz, wenn ihr euch gleich packt, kriege ich euch eure Insta-Accounts und alles. Wollen wir jetzt mal am Laber keine Scheiße? Hehehe. Digga. Oh, mein Gott. Klipper. Was ist Klipper? Feuerzeug. Was ist das? Das ist Klipper, das ist Feuer. Und Deo, die haben irgendwas verbrannt, Digga, die haben irgendwas benutzt, um zu verbrennen. Jungs. Lass mal schnell, ich hab dich mal. Ey, hier ist Klipper. Du musst hier hinkommen. Ja, 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 ich bin schon da. Du musst hier hinkommen. Ja, ich bin schon da. Peter, mir geht grad selber die Pfeife runter. Jalla. Ey, das sind Plastikbecher. Okay, Jungs, alles klar. Nö, 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 das passt so. Aber melde dich, Bruder. Ich dachte, du bist weg, Alter. Da an der Tür steht was. Ja, da steht auch was. Ja, nimmts mal auf. Privat. Da steht was. Ja, ja, warte, ich zoom hin. Ja, da ist Zoom, oder? Zoom geht doch bei der Kamera, oder? Privat Grundstück. Betreten verboten. Okay, Jungs. Das ist zu viel für mich. Ich will jetzt einfach nur weg, gerade, weil ich hab was gehört. Aber was sagst du zu dem Ofen? Komm, komm, ich verpiss dich. Nein, jetzt warte doch mal. Was ist das für ein fucking scheiß Ofen? Alter, Bro, leuchtet doch nicht. Bleib doch mal stehen. Hey, ich bin bestimmt nicht der Letzte hinten. Hey, Robin, du musst nicht da hinten. Ich hab den Ofen gesehen. Hey, lass mich stehen. Ich schwöre, oh Gott. Was war da? Oh Gott, Jun. Ich schwöre, Jun. Ich schwöre, Jun. Bro, was war das? Ohne mich. Hey, 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 hey. Oh mein Gott, das ist mein Leben. Ey, Jungs, Jungs, warum sind wir nicht? Ey, wo hin? Lauf einfach gerade aus. Ey, mein Wunder ist hoch hier, Bruder. Nein, Mann, ey, Bruder, hör auf. Ich check das nicht, Alter. Machst du's. Ey, wo ist der Weg? Ich geh nichts los, Jungs. Oh mein Gott, ich könnte losen, Alter. Ey, wo ist der Weg? Lauf rechts, lauf rechts, lauf rechts. Lauf rechts, lauf rechts. Lauf rechts. Ey, lauf. Hey, Petra ist weg. Petra. Okay, ist doch da. Guck mal. Okay, du bist der Größte. Bastard. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Hey, was ist da? Fahre einfach bitte weg hier. Nein, ich will jetzt dieses rote Licht sehen. Man, dem Typen... Boah, Leute, gerade, ich schwöre auf alles. Alles, was ihr hier seht, gerade, in diesem Video, ist all... Da ist es. Oh mein Gott, da ist einfach jemand. Da ist jemand. Ich schwöre auf alles. Seht ihr das rote Blinken? Jungs, Leute, habt ihr da... Ich weiß nicht, ob man was gesehen hat. Ich schwöre auf meine Mutter. Da war gerade jemand. Einfach mit einem Hund. Weg, weg, schnell. Meine Kamera ist beschlagen, Digga. Ich kann jetzt nicht mal gescheit abmoderieren. Ich bin einfach nur froh, dass ich im Auto bin. Und wir sehen uns einfach wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir spinnen dich, was geht? Ja, jetzt... Was machst du, Bruder? Ich bin jetzt hier kurz noch mit Peter noch... Kurz erhalen. Red Bull, Alter. Und dann... Hast dich gut erschreckt am Ende, ja? Bruder, hau doch auf, Alter. Was ist das denn? Scheiße, Alter. Wie hart würdest du das finden, wenn ich dir jetzt sage, das war einfach ein Kollege von mir am Ende? Ja, der war witzig auf jeden Fall. Bro, ich hab dich dreimal gefragt, ob du mich verarschen willst. Ja, der war da. Ich hab ihm Bescheid gegeben. Du bist ein richtiges Missgebot. Bruder, wie lange war der schon da? Boah, der arme Standartschuss. Bro, wie lange war der da? Wer war das? Wer war das? War das Savas? Wer war das? Nein, ist egal. Name sage ich nicht. Bruder, wer war das? War ein Kollege von mir. Oh mein Gott! Oh mein Gott, warte, ich muss Peter anrufen. Aber der Place... Aber der Place ist... Wir rufen jetzt Peter an, okay? So heißt es bei mir im Handy. Hallo. Ey, Peter. Ah. Ey, Bro, ganz kurz. Peter, Bro, du wirst es nicht glauben, Alter. Was? Junge, ich sitz gerade noch bei Robin so und ich sag zu denen so, ja, noch kurz hier warten, bis Peter kommt auf dem Red Bull Aral Tankstelle und dann sagt er zu mir so, Bro, wie würdest du das finden, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass das Ganze inszeniert war, also dass, dass einfach Robin uns gerade einfach gefickt hat, der irgendein Kollege von Robin war das im Wald? Äh, niemals. Ich schwöre es dir, Bruder, da hat es gerade ihm gesagt, du kennst deine dreckige Lache, wenn er sich freut, das ist safe wegen dem Miami-Prank. Digger, im Leben war das nicht irgendwie von Robin. Nein, ich schwöre dir, nein, ihr Lieben. Doch, 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 ein Kollege von mir hat. Bro, ich schwöre es dir, Robin, ich kenne dich, Alter. Der, die, am Ende hat er die, also der Ort ist real, aber der Typ, der am Ende da war, war ein Kollege von mir, einfach um euch so richtig die Muffes rauszugeben. Das ist so eine richtige Mistgeburt, Alter. Deswegen rennt er, deswegen rennt er auch mit Kamera nach vorne und filmt, Alter, während ich nach meiner Mutter schreit, Digga, und irgendwas. Ey, mein Mutter ist tot, hier, Bruder. Digga, ich werde fast ausgerutscht, meine Schuhe sind am Sack und meine Lunge tut richtig ich will. Ja, meine Lunge tut auf mit, Bruder. Scheiß Shishas, Alter. Ey, Peter, ich sag nur eins, das gibt Rache, oder, Robin? Das gibt safe ne Rache. Robin, doch, du bist am Arsch, Bruder. Ich bin euch wie heute, bei jedem Video zwei Schritte voraus. Bro, nein, Mann, ich schwöreste, jetzt bin ich wirklich, ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Und ich schwöre es auf alles. Ich hatte Angst um mein Leben. Damit spielt keiner. Ich kenn noch zwei Lost Places in Stuttgart. Das war's, mit dem mach ich keine Lost Places mehr. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr habt, dann das Daumen nach oben da. Schaut bei Peter vorbei. Peter, sag kurz Abschluss. Leute, ich würde einfach mal sagen, ich bin schon erleichtert, aber du bist ein richtiger Missgestalter. Der Place is real. Der Place is real. Gib mir kurz die Kamera, ich fahr's jetzt. Na, ich geb dir keine Hand, Bruder, Alter. Nach der Aktion geb ich dir keine Hand, Alter. Guckt den euch an, guckt den euch einfach nur an. Ich kenn noch Lost Places. Ey, komm, warte, hau rein. Sag Tschüss. Lost Places. Dich, Alter.